Der scherzt auch immer rum, ey. Unglaublich. Blut ist irgendwie gar nicht zu schießen. Wir machen alles von selber fertig. Die machen das alles noch selber, oder? Vielleicht halt mal diese Ecke hier sicher. Wow, von hinten? Verdammt, ich hab wieder mein Geld verschossen. Egal. Deswegen war die so schnell down. Der mit seinen scheiß Witzen. Aber der ist cool drauf. Fast so cool wie Burm. Ähm. Geht's weiter? Achso. Äh. Äh. Äh, ich blick grad gar nicht durch. Wo kommen die denn? Wow. Ich hab echt wenig Munition grad. Scheiße. Die hinterlassen keine Munition, die Biester. Gemein. Munition irgendwo? Oh. Woher kamen die denn jetzt? Lass ihn in Ruhe. Boris, mein Freund. Jawoll. Geh weg, ich will den Luten. Du kannst ihm nicht helfen. Stefan, gehen wir. Darf ich die Sachen nicht haben? Bitte. Boris, ich schwere dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Ja, bla 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 bla. Lass mich ihn. Mein Gott. Lass mich die Sachen haben. Danke. Här. Ha, 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 ha. Du bist keinen unnützen totgestorben. Deine Munition wird mir helfen. Höhle. Und eine Kugel in unsere Munitionsbeule. Munition! Mir auch. Ich muss Munition sammeln. Ich muss noch ein bisschen mehr. Ja, okay. Also man... Die warten extra, damit wir Munition sammeln können. Man soll sich hier also umgucken. Gasmasken auf. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Was soll der überprüfen? Den Teich? Habe ich richtig verstanden. Was war das für ein Geräusch? Ah, verdammt. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchkampf. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Dinosauri sind hier. Hey! Mein Gott, warum haben die denn immer auf mich abgesehen? Nein! Hau ab, du Dreckstvieh! Mein Gott! Hier die Pack. Ey, die werden gar nicht so zurückgestoßen. So ein bisschen stärker als die vorigen. Aber die Schrotflinte ist so scheiße, ne? Die ist so scheiße, die Schrotflinte. Kann ich mir mit Granaten rumwerfen? Na gut. Die Frage beantworten wir beim nächsten Mal. Oh, ich benutze mal den Revolver. Wo? Äh. Ach, scheiße. Ich werfe jetzt Granaten rein. So. Entdeckung, Jungs! Jungs, Entdeckung! Midi-Pack. Nein! Mein, lad doch nach! Oh, Wladimir ist gestorben. Okay. Das ist doch scheiße hier. So. Taktik. So, hier mal ein paar Granaten legen. Und jetzt den Rest hier auslöschen. Drecksvieh. Mein, warum gehen die alle auf mich drauf? Ich hab dir dein Gehirn doch schon vollgepumpt. Äh. Oh. Gott, ey. Oh, Mann. Shit, da kommt noch mehr. Oh, oh. 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 Scheiße ist das doch, ey. Mein Gott, da haben wir wieder nicht geladen. Kack, ey. Ich kann grad nicht viel reden. Okay, jetzt kann ich wieder reden. Boah. Anstrengend. Ich hoffe, jetzt gibt's noch mal einen Speicherpunkt. Bitte, Speicherpunkt. Wie anstrengend. Diese Tür führt nach D6. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Verdammt. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom. Schau dir mal diesen Raum an. Schon dabei. Äh. Bist du in Ordnung, Artyom? Gut. Das war so klar. Das war so klar. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Es war so klar. Wo ist er? Wow. Ey, du Arsch. Okay, die Ecke ist schlecht hier. Hallo, wie viel hält der aus? Jetzt kommt er wieder vor mir runter. Wetten? Wow. Ey, was für ein Penner. Der geht mir voll auf den Sack. Muss in Bewegung bleiben. Komm runter, du Penner. Marsch. Stirb. Schmorener Hülle, du Bastard, ey. Und hier noch mehr, ey. Boah. Ich könnte kotzen. Okay. Munition. Nachtsicht. Geht nicht anders, ey. Ich sehe sonst gar nichts. Okay, mit Nachtsicht sehe ich auch nichts. Warum auch immer. Hat sich gelohnt. Wie sieht der denn aus? So ruhig hier. Das ändern wir doch gleich mal. Bam, bam. Bedrückende Stille. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Äh. Ich denke mal, das sieht gut aus. Äh, achso. Ich brauchte die Gasmaske. Ich wusste gleich, dass ich sie noch auf habe. So. Mal wieder aufpumpen hier. Ist schon ziemlich dunkel geworden, die Lampe. So, wo lang? Wir haben ziemlich viele Möglichkeiten. So, hier sind wir runtergekommen. Nein, nicht wieder hoch. Atiom. Nein, nicht schießen. Atiom. Mach keinen Scheiß. So, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Mal hier lang. Oh, shit. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Oh. Ähm. Okay. Was auch immer. Von wo? Ich sehe überhaupt keinen. Nur Panik mache, oder? Damit man da hinten reinrennt. Ah, wieder so ein Penner. Shit. Wie ich die hasse. Die kommt... Ey. Penner. Die kommen immer dann von hinten aus ihren Löchern. Habe ich gerade den gerade geblendet? Es sah so aus, als ob ich den geblendet hätte. Als wenn der nicht ins Licht schauen könnte. Tatsächlich. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich lang gehe. Das ist hier so dunkel. Okay, wenn. So, hier war ich. Hier kann man drüber. Jetzt aber mal da hinten drauf. Hat sich gelöst.